Yeah, hau den Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Alle meine Worte in Lines. Creative Code für den Ripe. I Crymex OG. Ihr wisst mir schein. Hey Leute, die Crymex hier, was ist, Larry Paulberger. Herzlich willkommen zurück zu Fortnite. Und heute werden wir mit dem GTA-Mädchen, mit Leonie, Fortnite spielen. Leonie, was geht ab? Hallo, was geht? Und zwar habe ich mir eine Challenge überlegt. Leonie, du darfst jetzt für jeden Kill, den du machst, ein Item in einem Itemshop aussuchen. Also zum Beispiel, du machst 10 Kills, dann darfst du dir 10 Sachen im Itemshop aussuchen. Egal, was die kosten, egal, ob legendäre Skin oder egal, also ich zahle alles. Okay? Okay. Du musst Kills machen, aber ich darf natürlich auch im Umkehrschluss versuchen, dir Kills zu klauen, sodass ich dir weniger kaufen muss. Verstehst du? Also so eine Art Challenge. Okay, dann würde ich sagen, Leute, lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Checkt auch gerne Leonie aus, bei ihr nehmen wir auch noch ein Video auf. Und dann würde ich sagen, ab geht's in die Runde, macht ready. Ey, das Ding ist halt einfach, ich wette, dass du einfach besser bist in Fortnite als ich. Du bist selbst besser als ich. Nein, 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 ich glaub mir, ich bin lost. Leute, meine Community, ihr wisst, ich bin lost, ich bin wirklich lost in Fortnite. Was ist denn, fragen wir es mal so, was war deine highest Kill-Round? Äh, 34. Du hast 34 Kills. Ja, ja, da hab ich mit meinem Bruder gespielt, du ist Gott. Aber ich hab also eher Soto gespielt, weil... Ich werd heute absolut arm werden, Leute. Einfach Insolvenz anmelden, nachdem ich Itemshop leer gekauft hab, so ein Ding geht das. So, ab geht's in die Runde. Leonie, ich würde sagen, entscheide du einfach mal, wo wir hingehen. Ähm, ich würd sagen wie... Holy. Holy, okay, nach Holy willst du, gut. Machen wir so. Also du hast... 34 Kills war deine beste Runde. Genau. Du bist aber jetzt nicht irgendwie so... E-Sportler oder Profi oder so. Nein, das ist übertrieben. Nee, so ganz normal eigentlich. Leute, also heute, ich werd komplett rasiert werden. Ich sag euch, wie's ist, ich wusste das nicht. Vor der... Vor dieser Aufnahme, ich wusste nicht, dass sie so viele Kills schon mal gemacht hat. Oh shit, okay, es wird teuer. Egal, let's go. Natürlich könnt ihr das ganz supporten mit dem Crater-Coder-Kramax-Rutschi, dann wird's nicht so ganz teuer für mich. Ihr wisst Bescheid, Leute. Okay, ab geht's nach Holy. Da fliegt auch schon ein anderes Duo-Team hin, aber, ähm... Ich glaub, ich muss halt einfach gar nix machen. Ich lass einfach Leonie regeln. Ja, danke. Leonie killt die einfach alle. Da können auch jetzt 34 Leute kommen, Leonie killt die. Okay, dann ist schon hier die Kiste. Bei mir ist einer gelandet. War noch keine Waffen. Er ist unter mir. Ich hab ihn. Schön. So, schon mal ein Kill weniger, den Leonie gemacht hat. Sehr gut. Jeder Kill, den ich mache, ist ein Skin weniger, den ich... ...potenziell Leonie kaufen müsste. Wie viel hast du so circa in Fortnite reingesteckt bis jetzt? Ähm, tatsächlich hab ich über 300 Skins, also ziemlich viel. Über 300 Skins auch? Ja. Krass, ey, du bist ja richtiger Fortnite-Profi, ey. Der richtige Zockerin. Aber warte mal, wie viele Skins gibt's denn insgesamt? 300 ist ja schon richtig viel. Aber ich... Es gibt aber safe, glaub ich, so 500 oder so. Heftig, ey. Gibt's schon ein paar. Ich müsste bei mir mal nachzählen, weil ich hab eigentlich so... Ich will jetzt nicht sagen alle, aber schon fast alle. Bis auf wenige habe ich eigentlich schon echt richtig viele. 300 erscheint mir echt schon viel. Ich müsste mal nachzählen. Leute, vielleicht könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Wie viele Skins gibt's insgesamt? Bei dir alles gut? Ah, hier sind's drei Gegner. Ich komme. Bei dir direkt? Wo sind die? Mhm. Genau. Ah, ich seh. Mach Granatenspam. Hab einen. Ey, lass Leonie in Ruhe. Okay. Kurz, kurz eskaliert. So, also du hast jetzt einen Kill, ne? Äh, zwei. Zwei schon. Okay, das ist bei mir dann verpackt. Zwei. Gut, das heißt, sie darf schon zwei Sachen ausruhen. Ey, selbst bei mir. Hier ist noch jemand. Fangen wir gleich. Warte. Alles gut. Der ist lost. Nein, ey! Jetzt hast du den geklaut. Ey, 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 ey. Danke mehr. Jetzt sind's schon drei Sachen, die ich... Ach, Gottes Willen. Einfach, Leute, ich muss Kredit aufnehmen. Einfach arm. Schade, dass man hier so rasiert wird. Hast du eigentlich schon mal Skin-Contest gemacht? Ähm, nee, noch nie. Krass. Ich hab einmal mitgespielt. Mit dir so einen Skin-Contest zu machen. Weil wenn du auch 300 Skins hast, dann bist du bestimmt auch voll gut, was so Skin-Kombinationen angeht. Ich hab schon mal mitgespielt bei einem. Ach. Aber noch selbst noch nicht. Und hast du auch gewonnen? Ja, tatsächlich hab ich mich einmal gewonnen. Lol, okay. Ja, glaub ich dir. Okay, schau mal, wie findest du die Skin-Kombi, die ich grad drin hab? Ich find die übelst nice. Wegen diesem Roboter Travis Scott. Und dann hab ich diesen Handschuh von dem T-800 Terminator genommen. Und diese Hacke dazu. Sieht richtig cool aus. Ich feier die Kombi auch. Sieht richtig cool aus, ja. Du hast den Wanda-Skin, ist das, ne? Mhm. Auch wild. Aber jetzt noch so eine M16 wäre ganz nice. Weil RK feier ich nicht so, aber... Oh, da ist es so. Oh, ich hab gerade auch wieder angestiegen. Lol, ich dachte, wir sind eingestiegen. Alles gut. Okay, los. So, wo sollen wir hin? Sollen wir Salty Towers abchecken? Warte. Ich will kurz den Bigi. Ich will kurz den Bigi. Ja, das wär gut. Hoffentlich sind das jetzt keine Profi-Spieler oder so. Ja, das weiß man nicht. Oder die haben sich alle schon so gegenseitig voll weggehittet hier. Und wir können jetzt... Oh, hier sind welche. Wo? Aber ich hab, glaub ich, jemanden Schießen gehabt. Kommt raus, ihr Hunde. Muss halt jetzt irgendwie gucken, dass Leonie nicht noch mehr Kills macht. Ey, das ist jetzt einfach schon... Wie viel? Drei, ne? Hast du? Vier. Vier. Oh Gott, vier Sachen schon im Itemshop kaufen. Das wird teuer, Leute. Ich glaub, hier ist niemand. Ich bin auch echt mit in der Zone. Leute, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welche Spiele sollen wir noch mit Leonie zocken? Und letztes Mal, GTA, kam ja richtig krass an. Und ihr habt mir auch vorgeschlagen, dass ich mal mit Leonie ins Strip-Club gehen soll in der GTA. Ey, bei mir, 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 warte. Na? Digga, guck mal, er macht einen 30er. Er kommt da aus dem Boden rausgechampft. Für den? Ey, du 31er-Sohn. Hab ihn. So, ey, ich dachte... Ich dachte, was geht denn jetzt ab? Das war einfach ein halb Maulwurf, halb Lama. Maulwurf. Ist der genockt gewesen, oder? Ne, ich glaub, der war direkt tot. Aber ehrlich gesagt gar nicht so top gehabt. Schau mal, hier sind drei Medikits. Kannst du davon was mitnehmen? Ja, kann ich mal. Also nur, wenn du noch kurz was wiederholst. Boah, lass mal da vorne zu diesen zwei Loot Drops. Die lächeln mich richtig an. Ja, komm. Aber sei mal ehrlich, seit wann spielst du Fortnite? Seit welcher Season? Seit Season 4. Season 4, okay. Und hast schon immer auf PC gezockt oder auch mal auf Konsole? Ähm, früher hab ich auf Playstation gespielt und jetzt glaub ich seit, ähm, Monaten. Und war das dein erster Shooter oder hast davor schon Shooter gespielt? Nein, ich hab immer wieder Shooter gespielt, das hat eigentlich immer sehr Bock gemacht und so und deswegen hab ich dann halt mit Fortnite auch angefangen. Okay. Ja, das erklärt natürlich auch, warum du 34 Kills gemacht hast. Das hat einfach grad echt, äh, hab ich nicht erwartet. Das war unerwartet. Einfach Mädchen carried mich in Fortnite. Ich check das aber auch nie, dass man im Mid-Game nie Gegner findet. Das war irgendwie, das ist auch erst seit der neuen Karte. Bei der alten Karte war das nicht so. Ja, genau, genau. Du siehst am Anfang, am Ende geht's. Man kann das irgendwie nie einschätzen, wie die neue Profis sind. Genau. Bei der alten Karte kannst du das für besser einschätzen, da waren die meisten immer enttilted oder so. Ja, safe. Da war immer echt. Ey, die haben einfach Angst. Kaum spiele ich hier mit Leonie. Da haben die einfach Angst, die, äh, die, die sehen dich und dann, die verstecken sich einfach. So ein Ding. Ja, ich bin da gar nicht mehr. Wie sind denn die alle? Ich glaub, da ist immer im Sand irgendwo. Ja doch, warte, ich hör's auch. Ne, ich hab's auch grad gehört im Sand. Ich glaub, die wollen uns verstecken oder so. Ich glaub, das war, kam noch von oben. Mhm. Ich bin mir gar nicht sicher. Ja. Oder, oder das ist ein Soundbug. Bin grade verwirrt, Leute. Ich hör die Gegner nicht. Kann auch sein. Ey, wir könnten sogar versuchen, Skybase zu machen noch. Am Ende. Ja, das ist alles gut. Okay, dann hast du das versucht, ne? Ey, das kann doch echt nicht sein, dass hier grad keine Gegner sind. Was ist, was ist hier los, ey? Es leben noch 13 andere Spieler. Wie sind denn die alle? Ja, die Zone ist doch jetzt übelst übersichtlich. Ich glaub, bei mir hier sind welche. Komma? Ja, genau. Hier ist ein großer Fight. Bin auf dem Weg. Weil Leonie das wahrscheinlich auch einfach alleine regelt. Ich muss aber mitmischen. Ich muss gucken, dass... Ich muss ein paar Kills upstealen. Ey, die healen sich grad beide. Aber das Ding ist, sie haben eine Sniper. Ich glaub, wir sollen warten, bis sie zu uns kommt. Ja, besser. Hast du recht. Boah, Bro, wo sind die hin? Haben wir ihn gelasert? Mies weggelasert? Ja. Ey, von hinten, von hinten, äh, von oben, von oben. Oh mein Gott, ich wurde auch mies gelasert. Haben wir ihn genockt? Pass auf, pass auf, bei mir, bei mir. Okay, ich muss hier weg, ich muss in die Zone. Ah! Nein, 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 nein. Dein HP. Nein! Muss ihn einmal hätten. Wo ist er, wo ist er? Ich hab halt nichts zum healen. Obwohl, doch, warte. Eiter, Digga! Warte, 14 HP. Ey, man. Mann. Miese Zeiten, ey. So, Leute. Wir haben zwar leider kein Win-Gold, Leonie hat aber trotzdem fünf Kills gemacht. Leonie, deswegen würde ich sagen, du darfst dir jetzt fünf Dinge im Item-Shop aussuchen. Was willst du haben? Egal was. Egal was. So, Leute, einfach ein bisschen lost. Wir haben gerade gemerkt, wir haben uns noch nicht drei Tage hier geaddet. Deswegen kann ich ihr die Sachen jetzt nicht in Fortnite schenken. Deswegen werden wir das Ganze aber anders machen. Und zwar, Leonie, du sagst mir trotzdem, welche fünf Sachen du haben willst. Und ich schick dir dann das Geld dafür auf PayPal, dass du dir die jetzt gleich kaufen kannst. Okay? Dann machen wir das einfach so. Okay. Das heißt, dann schau jetzt mal in den Item-Shop. Was willst du haben? Also, ich find diesen Grübeln-Emote ganz cool. Den Grübeln-Emote? Okay. Ich seh den gar nicht. Ah, da. Okay, den Grübeln-Emote. Ja, den kriegst du fünf... Das heißt, fünf Euro. 500 Vibax. Okay. Fünf Euro schon mal. Was willst du noch? Der hat diesen Scharlach-Natter-Skin. Echt? Scharlach-Natter-Skin. Okay. Das heißt, 1.200 Vibax. Ähm, 12 Euro. Okay. Kriegst du auch? Ja. Dann, ah, dieser Instinct-Skin ist cool. Oh, auch sehr nice. Den hab ich auch noch gar nicht, Leute. Wenn ihr das Ganze feiert oder auch noch nicht habt, dann gönnt euch den mit dem Code Creator. Code iCrammings. Gibt es Bescheid. Ich kauf mir den auch noch schnell. Warum hab ich den noch nicht? Gegenstand kaufen. Let's go. Okay, das heißt, der kostet auch nochmal... Wie viel kostet der? Ja, auch 1.200. Das heißt, wir sind bei insgesamt jetzt 29. Also 2.900 Vibax. Okay. Was willst du noch haben? Ähm, diesen Brutausbruch-Emote. Der sieht cool aus. Der Brutausbruch-Emote. Wo ist der denn? Brutausbruch. Bei diesem Weltraumpaket. Ah, oh, der ist richtig nice. Der ist übelst cool. 300 Vibax kostet der nur. Okay, das heißt 3.200. Und eine Sache darfst du dir noch aussuchen. Ja, und oben diese Tropen-Schnitt-Hacke, die ist auch cool. Tropen-Schnitt. Okay, Tropen-Schnitt-Spitzhacke. Nochmal 500. Das heißt, insgesamt 3.700 Vibax kosten die Sachen, die sie haben möchte. Das heißt, ich werde dir jetzt auf Paypal... Ähm, ich schick dir einfach hier 32 Euro. Dann kannst du hier 5.000 Vibax aufladen. Okay. So, Leute, dann können wir jetzt hier den Betrag eingeben. 32 schicken wir ihr. Und dann würde ich sagen, weiter... So, Leute, ihr könnt sehen, ich habe hier das Geld geschickt. 32 Euro jetzt. Ist das bei dir angekommen? Äh, ja, das ist angekommen. Okay, sehr gut. Weil dann würde ich sagen, lad jetzt mal Vibax auf und kauf dir mal die Sachen. Okay. Okay, bist du gerade am shoppen? Mhm, ich shoppe gerade. Sehr gut, sehr gut. Ich lad kurz die Vibax auf. Hey, nice, da ist der Skin. Richtig gut. Und diese... Äh, wie hieß sie? Irgendwas mit Schallarot. Genau. Oh, auch nice, gegönnt. Sehr schön, sehr schön. Okay, Leute, dann würde ich sagen, das soll es vom Video gewesen sein. Leonie hat neue Skins bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt es ja auch noch aus. Bei ihr nehmen wir auch noch ein Video auf. Dann würde ich sagen, bis dahin. Haut rein, Leute. Air Crymax.